Jo, Servus Leute, jetzt zeige ich euch fließendes Wasser in Guttnellen in der Schweiz. Schaut mal, wie das Wasser schön aussieht. Ist ein türkisfarbenes Wasser und schön sauber und nicht mal dreckig ist der mal. Der kommt von da lang geflossen und fließt in Richtung da lang, nach vorne zu diesem Bundel da. Da geht die Richtung weiter. Ich hoffe, dieses Wasser aus der Schweiz gefällt euch. Wenn euch das gefallen sollte, schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Wasser gefallen sollte aus der Schweiz. Und jetzt eine Minute ist rum. Und wenn euch das Spaß macht mit diesem Abenteuerjahr, gebt einen Daumen hoch. Oder wenn euch das nicht gefallen sollte, Daumen runter. Ja, könnt ihr euch selbst überlassen, welches Video ihr bewerten wollt. Über Daumen hoch würde ich mich sehr freuen, auf jeden Fall. Zwei Minuten ist schon rum. Hatte nur wieder die Richtung gewechselt. Zwei Minuten. 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 Da war nur gerade ein Auto noch vorbeigefahren. Alles gut, Leute. Und jetzt schon drei Minuten vergangen. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch mal ein Video gefallen, wenn euch das gefallen sollte. Gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich. Ich schreibt es unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.